Willkommen, Leute, im nächsten Part von S-Mod Outbreak und wie es aussieht, schießen die Freunde noch durch den Nebel auf mich. Ach, Mist, wurde getroffen. Von einem Schützen, der schlag mich tot, Kilometer von mir entverend war. Okay, es sind nur ein paar Meter. Okay, Auto eingepackt. Oh, scheiße. Bitte nicht zu mir. Was ist das so eine hässliche Tür? Gab sie schon vorher? Oh, scheiße. Die Pistole ist die genauste Waffe, wenn man sie ruhig benutzt. Und nicht mit dem Wild rumballert, wie ich gerade eben. Ach, ich mache halt eben diese Art. Kann man was wollen. Volle, Pulle, Power aus dem Maschinengewehr. Und das Rotwinte. Ich will mal sehen, wie physikalisch korrekt er von Kugeln durchlöchert wird. Und jetzt fliegt man ins Meer, denn du hast nämlich Urlaub. Und er fliegt davon und geht baden. Oh, scheiße. Teig! Geil, gut! Aua! Man stellt sich doch nicht direkt vor Gegnern! Okay, wie es aussieht, ist er tot Und die Tür war schon vorher da Und diese Dinge auch Tschüss Tschüss Okay, ist kein Combine mehr Ich würde mal abschätzen Die Zeit Also die 15 Minuten reichen jetzt gerade mir mal aus So im Leuchtturm Zu fahren Die zwei Ganschips vom Himmel zu holen Und das war es dann auch Für diesen Partnern Schätze ich mal Ich habe gedacht, jemand will auf mich schießen Aber nee, das ist das Geräusch vom Motor Und das war Okay, dann fahre ich mal Nee, ich will wieder rückwärts Aber das Auto dreht sich dann einfach um Na egal, ich speichere mal hier ab Und wir sehen uns wieder im nächsten Part Tschüss Ach, was verarscht Oh, das Auto hat aber verdammt viel Gewicht Hm, was denn da für Dinger Ich habe gerade noch eine neue Waffe bekommen Sieht nicht so aus Wenn der M4A1 Die mag ich nicht so gerne Was machen wir dann doch noch Bis zum Glück Bis zum Glück Jetzt kommt die Sperry Niedertig C- Hier kommen die Dinger Dinger Wum Oh, was fare ich jetzt? Ich bin nicht rein Was gibt's denn hier so? ich muss halt da lang ich versuche jetzt mal mit mir taktische position aus es kommt nicht zu seite lehnen nein das ist doch einer irgendwo es war ich nicht habe nicht getroffen aber wie viel blut er spritzt und wir machen das dann alles sauber und verstehst doch nicht das ist das ist korrupt das ist skandalös ja so macht das ein richtiger fliegt doch schon weg da kommt auch nie wieder oh tschüssi tell your wife auf wiedersehen zitat von hat da kommt doch einer scheiße das habe ich gar keine keine granatenwerfergranaten mehr was weiß denn die doch oder oh nicht hier habe ich welche was ist denn da bin nur zwei die mir munition gibt mir munition wir suchen von hier aus die mit der granate fertig zu machen das bringt eigentlich gar nix ja wo ihr flieg ins wasser bist oh scheiße nicht gut hör auf mich zu schießen ich glaube mir die treppen hoch ja ist der mist nein nein doch hör auf meine raketen abzuschießen nur meno aha wo ist er hin ha ha endlich habe ich getroffen wenn es getroffen oder nicht scheiße war jetzt mit der rakete ich habe volle munition also finden wo bist du noch mal und noch mal jetzt 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 ich habe gedacht er wird gleich abstürzen bei den mist bei der nächsten rakete er lebt noch jetzt steht doch endlich will ich meine zeit nicht verschwenden wird jetzt hier zu kämpfen da geht doch warum nicht gleich es ist es ist immer diese dinger ok ich bringe mal unter die vielleicht jetzt schneller und überlebe ich das ja ich habe es überlebt wenn er mich auf einer treppe gefallen als treppengeländer ich bin schon unten wann kommst du denn endlich ja los geht's sag ich das hat sollte ich besser sagen nur schein dass meine spielfigur nichts sagen kann oder will oder ja vielleicht doch erst mal deine waffen nach lautet so ne zum bis zum bis zum bis zum bis zum bis oder ich bin auch gleich das auch gleich stehe her kann ich jetzt machen und gleich kommen die folgenden szenen befinden sich jetzt befinden sich auch in meinem trailer für für das spiel also für die ankendigung da gibt es kein sniper gewehr ok lecker zu mir einfach stehen flieg mann kommt ein flieg wer schießt noch auf mich aber hui da fliegt er davon jetzt kann ich eigentlich rumlaufen ohne dass mir was passiert wir könnten ein oder zwei zombies sein und zum glück nicht gibt es noch irgendwelche dinge zum aufsammeln so munition mist nein leider nicht und das hier ist auch das ende diesen part dieses part und wir sehen uns wieder nächsten schau Vielen Dank.